Hallo, ich bin Katharina und ich helfe Menschen, die für sie typgerechte Ernährung zu finden, nach den Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Und heute wollen wir darüber reden, was du machen kannst, wenn dir häufig kalt ist. Wenn du öfters kalte Füße hast, wenn du leicht frierst und wenn du dem Winter oder der kalten Jahreszeit etwas mit Unbehagen entgegensiehst. So ist es mir früher auch gegangen. Ich kann mich erinnern, ich habe immer den Sommer geliebt, tue ich immer noch, aber ich habe mich tatsächlich vor dem Winter fast gefürchtet, weil mir immer so dermaßen kalt war. Heute ist es nicht mehr so. Ich mag immer noch den Sommer lieber, aber seit ich mich nach TCM ernähre, seit rund über 15 Jahren inzwischen schon, ist mir einfach viel wärmer als früher. Unter anderem kann ich jetzt auch schon hinausgehen bei kälteren Temperaturen ohne Strumpfhose. Das wäre für mich früher undenkbar gewesen, teilweise auch ohne Mütze. Das wäre für mich auch früher undenkbar gewesen. Also es geht wirklich, dass du dich von innen einfach wärmst. Und ja, in der TCM heißt diese innere Kälte Yang-Mangel. Das Yang steht für das innere Feuer, die innere Wärme. Und das ist das, was du eben von innen wärmst. Das wollen wir eben durch die Ernährung stärken. Und der allerwichtigste Tipp für dich ist, iss mehr gekochte, warme Mahlzeiten. Trink warme Getränke und meide alles Kalte und Rohe. Das heißt nicht, dass du gar keine Rohkost essen sollst oder darfst, aber besonders, wenn es draußen kalt ist, versuch es wirklich stark zu reduzieren. Du musst keine Angst haben, dass du plötzlich dann keine Vitamine mehr bekommst oder so, weil du kannst zum Beispiel ja auch frische Kräuter übers Essen streuen oder ein paar Sprossen dazugeben oder zwischendurch einen Apfel essen. Aber versuch, dass wirklich die Mehrzahl deiner Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und im Idealfall auch das Abendessen aus einer gekochten Mahlzeit besteht, aus gekochten Zutaten. Das ist mal der wichtigste Tipp, weil so wärmst du dich nachhaltig und ohne Nebenwirkungen. Was meine ich mit Nebenwirkungen? Du kennst wahrscheinlich schon den Tipp, dich bei innerer Kälte mit wärmenden Gewürzen und Gewürztee von innen zu erwärmen. Also mit Ingwertee, mit Pfeffer, mit Knoblauch, mit scharfen Gewürzen, mit Chili. Das kennen wir alle, da wird uns innerlich wirklich warm. Das Problem ist nur, wenn wir von diesen Gewürzen zu viel nehmen oder auch zu viel Ingwertee trinken, dann kann das auch eine innere Hitze auslösen, beziehungsweise wenn du schon eine innere Hitze hast, das auch verstärken. Und das Gemeine ist halt, dass man nach TCM beides haben kann. Du kannst zum Beispiel einen Nieren-Yang-Mangel haben, also zum Beispiel eben viel häufig kalte Füße, wenig Antrieb, vielleicht eine schwache Blase. Und gleichzeitig kannst du aber auch eine Magenhitze haben, merkbar etwa an Sodbrennern, oder eine Bluthitze, merkbar etwa an roten Hautausschlägen, Akne, Rosazea und so weiter. Das heißt, es geht auch parallel. Und sobald du irgendwo im Indien eine Hitze hast, auch wenn du zum Beispiel Nachtschweiß hast, oder Hitzewallungen, dann sei vorsichtig mit diesen stark erwärmenden, erhitzenden Gewürzen und Getränken. Und nimm nur wenig davon. Also das meine ich mit Nebenwirkungen. Wenn du einfach nur prinzipiell drauf schaust, gekochtes zu essen, mehr warmes, gekochtes und weniger kaltes und rohes, und auch bei den Getränken, dann hast du schon das meiste getan und baust dein Yang nachhaltig und ohne Nebenwirkungen auf. Auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine innere Hitze hast oder nicht, ist das eben der sichere Weg sozusagen, der nachhaltige Weg. Ingwer kannst du schon gut verwenden. Der stärkt wirklich sehr gutes Nyan-Yang. Aber der Tipp ist, nimm es zum Essen dazu. Das heißt, koch ein paar kleine Teile von deiner frischen Ingwerwurzel mit in deinem Gemüse, aber so, dass es nicht zu scharf schmeckt. Je schärfer es schmeckt, desto erhitzender ist das Ganze. Oder wenn du Ingwer-Tee trinken willst, dann kannst du zum Beispiel frischen Ingwer einfach übergießen und ein bisschen ziehen lassen und dann trinken, vielleicht auch Zitrone reingeben. Aber wenn du Ingwer zum Beispiel wirklich auskochst, 10 Minuten oder so, dann wird es wirklich sehr stark wärmend. Das wäre eher was bei einer frischen Erkältung als Medizin, um die innere Kälte auszuleiten, zum Schwitzen zu kommen und so. Aber nichts für jeden Tag, das ist einfach zu stark erhitzend. Ein Tipp ist auch, dir ein Ingwer-Fußbad zu machen. Das heißt, du machst genau das. Du kochst ein paar Stück frische Ingwerwurzel in Wasser, circa 10 Minuten in einem halben Liter Wasser aus. Und dann füllst du das mit kühlem Wasser auf, bis du eine angenehme Temperatur für das Fußbad hast. Und dann machst du damit ein Fußbad. Das wärmt sehr gut deine Füße. Auf der Fußsohle befindet sich der Punkt Niere 1 vom Nierenmeridian, also von der Leitbahn der Niere. Und da ist es besonders günstig, sich einerseits warm zu halten mit Socken und warmen Hausschuhen vielleicht und eben auch mit einem Fußbad sich von dort zu wärmen. So, aber jetzt die wichtigsten Tipps zur Stärkung deines Young. Also das Wichtigste, haben wir eh schon gesagt, ist weniger Rohkost. Vor allem die stark abkühlenden Tomate und Gurke. Diese zwei Gemüsearten sind die, die am stärksten abkühlen. Du kannst sie kochen, dann sind sie nur noch sanft kühlend. Aber in rohe Form ist Tomate und Gurke nur im Sommer. Und selbst da nicht zu viel. Weil auch wenn wir im Sommer zu viel Rohkost essen, merkt sich das unser Young, unser Körper. Und da spürst du dann im Herbst und im Winter, indem der wieder kalt ist. Auch sehr abkühlend sind Banane, Orange, prinzipiell Südfrüchte. Das heißt, wenn du Obst essen willst, isst lieber den Apfel. Der hat jetzt dann auch im Wintersaison oder jetzt noch die Pflaumen im Herbst und das heimische Obst. Verzichte auf Joghurt. Joghurt gilt als sehr abkühlend. Und auch Kokosjoghurt, auch Sojajoghurt. Lass es einfach am besten weg, wenn du wirklich viel Kälte hast. Beziehungsweise isst es halt als Joghurtsoße zu Ofengemüse. Oder etwas Joghurt in dein Porridge, also zusammen mit etwas gekochten. Dann ist es nicht mehr so arg abkühlend. Meide essen, das direkt aus dem Kühlschrank kommt. Also das wirklich auch von der Temperatur sehr kalt ist. Wenn du zum Beispiel etwas mitnehmen willst zum Essen, dann ist es bei Zimmertemperatur. Das heißt, nicht direkt aus dem Kühlschrank. Zum Beispiel ein Kartoffelsalat, also gekochte Salate, kannst du schon ruhig essen. Die müssen nicht immer heiß gegessen werden, aber es sollte nicht aus dem Kühlschrank kommen. Meide, kalte Getränke, haben wir auch schon gesagt, aber ein super wichtiger Tipp. Meide, vor allem auch Mineralwasser, das sehr abkühlend ist, sowie bestimmte Kräutertees wie Pfefferminze oder Grüntee, die auch beide sehr abkühlend wirken. Isst etwa dreimal die Woche etwas Fleisch, Biofleisch. Bekömmlich zubereitet, in einem Eintopf, in einer Suppe etc. Das wärmt dich sehr gut von innen, also Fleisch regt einfach das Yang sehr gut an. Wenn du Vegetarierin bist, dann kannst du Hülsenfrüchte nehmen. Und als Vegetarierin ist es einfach wichtiger, noch auf Gewürze zu schauen. Das ist der nächste Tipp. Verwende eben erwärmende und in Maßen erhitzende Gewürze. So wie wir vorher gesagt haben, je nachdem, was du für ein Typ bist. Wenn du innere Hitze hast, den Verdacht darauf hast, dann lass die erhitzenden Gewürze lieber weg und nimm die wärmenden. Und zwar sind das zum Beispiel getrocknete Kräuter wie Thymian oder Oregano, Koriander, gemahlenen Koriander, Kardamom, Kümmel, Kreuzkümmel und so weiter. Nimm Gewürze, die regen gut dein Yang an. Versuch bei jedem Essen etwas dazu zu geben und eben in Maßen auch etwas Ingwer, etwas Pfeffer, etwas Knoblauch, etwas Chili, wenn du viel Kälte hast. Und der nächste Tipp ist, mach dir einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Kraftsuppe. Kraftsuppe bedeutet eine Suppe, die mindestens zwei Stunden lang kocht. Und wenn du Fleisch dazu nimmst, wird es hier noch wärmender. Ohne Fleisch, eine Gemüsekraftsuppe ist auch sehr günstig, auch fürs Yang, aber weniger wärmend. Also hier wieder auch noch Typ kannst du unterscheiden, aber das kräftigt uns sehr gut, das stärkt das Immunsystem und das regt eben auch das Yang an, so eine Kraftsuppe. Und der letzte Tipp ist noch Bewegung. Bewege dich regelmäßig, um dein Yang anzuregen. In der Ausbildung habe ich damals den Vergleich gehört, in der Ausbildung zur TCM-Ernährungsberaterin, das Yang ist wie ein Mobile, wenn wir es einmal, wir müssen sozusagen einmal in Bewegung bringen und dann bewegt es sich von selber weiter. Das heißt, egal, Treppen steigen, spazieren gehen, eine Station früher, aus dem Bus aussteigen und zu Fuß gehen, Bewegung hilft, dass dir innerlich wärmer ist. Einige Rezeptideen für dein Yang wären eine Karotten-Ingwersuppe oder Kürbis-Ingwersuppe, ein Lauch-Risotto oder eine Lauch-Cremesuppe. Lauch ist auch etwas, was das Yang gut wärmt. Ein Haferflocken-Porridge mit Walnüssen oder auch ein Linseneintopf mit Ingwer oder mit ein bisschen Lauch drinnen. Gut, ja, was ich noch sagen will zum Abschluss. Macht dir bewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es dauert einige Monate, bis wir wirklich durch die Ernährung Verbesserungen feststellen können in den meisten Fällen. Manches merkt man früher, manches später, zum Beispiel mit einem gekochten Frühstück, dass wir mehr Energie haben, dass es uns ein bisschen wärmer ist schon in der Früh als sonst, wenn wir was Kaltes essen. Aber ja, rechne einfach mit ein paar Monaten, sei nicht ungeduldig, mach dich auf den Weg und du wirst bald merken, dass du mehr innere Wärme hast. Spätestens im nächsten Winter ist dir dann weniger kalt. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn du tiefer in die TCM-Ernährung einsteigen willst, wissen willst, was du für ein Typ genau bist mit Diagnose, Fragebogen und so weiter, empfehle ich dir mein Online-Programm Trust Your Body. Finde deine typgerechte Ernährung nach TCM, dauert drei Monate, du kannst jederzeit anfangen. Und den Link blende ich ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.